Ein sehr interessantes Wort aus dem Französischen. Es beschreibt die Beziehung zweier Menschen zueinander, die förmlich verrückt, verliebt ineinander sind, wobei die Menschen sich oft in besonderen Situationen befinden und ihre Liebe extrem ausleben, in gewisser Weise voneinander abhängig sind und so weit gehen, dass ihre Gefühle sich gegenseitig Schaden zufügen oder einer der beiden zumindest erleidet Schaden, weil die Gefühle und das Ausleben dieser Liebe so intensiv ist. Es ist die Amour-Fou, Amour-Fou, Amour-Fou.